ja leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch im test das bombastiker set von veco ein premium böller und fontänen sortiment das ganze set hat eine nem von ca 41,95 gramm und ein bruttogewicht von ca 370 gramm es hätte schon ein ticken älter sollten viele kennen und dann würde ich sagen packe ich die ganzen böller einmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder so mit dabei haben wir das reibbrett womit wir natürlich auch die goldfontäne und den reibkopfböller entzünden werden dann haben wir hier noch den kleinen kanonschlag der noch eine recht ordentliche wandung hat dann haben wir hier den titanfunkenböller wo man die wandung schon wirklich einfach eindrücken kann also keine gute verarbeitung bei den schwarzen kanonschlägen hier haben wir den normalen großen kanonschlag da kann man die wandung auch eindrücken und dann würde ich sagen gehen wir die ganzen sachen einfach mal testen und dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß so wir fangen an mit den reibkopfböller also für die größe und dann auch noch reibkopfknaller sind die wirklich richtig gut noch einen zweiten und dann zünden wir jetzt noch mal zwei auf einmal so als nächstes der titanfunkenböller so jetzt haben wir hier den großen schwarzen kanonschlag der hatte richtig richtig verdruck so jetzt der kleine normale rote kanonschlag mit einer richtig schönen wandung richtig 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 geile böller lauter als der große kanonschlag so und zu guter letzt die goldfontäne richtig schönes gold so direkt noch eine zweite goldfontäne richtig schönes gold so das hat alles in einem für 499 habe ich es bekommen ist wirklich richtig gut vor allem die schwarzen und die kleinen roten kanonschläge haben richtig fettdruck und dann hoffe ich das video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video explosive firework so 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 Untertitelung des ZDF, 2020